Hallo liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Oktober 2019. Die Timecodes für jedes Sternzeichen habe ich euch unten in die Videobeschreibung gesetzt, damit ihr euch hier zurechtfindet. Kleiner Tipp, schaut euch doch auch das Zeichen eures Aszendenten an, denn dadurch erfahrt ihr, in welchen Häusern eures Horoskops sich die aktuellen Planeten ungefähr befinden. Und natürlich könnt ihr auch beim Sternzeichen eures Partners, eurer Kinder, eures Chefs, guter Freunde und anderer Menschen, die euch wichtig sind, hineinschauen, um zu erfahren, was bei denen im Leben so los ist. Bevor ihr zu eurem Sternzeichen springt, hier noch ein wichtiger Hinweis. So ein Sternzeichenhoroskop ist keine persönliche Beratung. Ganz konkrete, spezifische Hinweise, die eure persönliche Lebenssituation betreffen, kann ich nur auf der Basis eures Geburtshoroskops für euch erstellen. Wenn ihr dahingehend Beratungsbedarf habt, könnt ihr gerne mit meinem Team Kontakt aufnehmen, entweder direkt über meine Homepage oder über mein Kundentelefon und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und die Infos gibt es auch nochmal hier auf der Infokarte. Ich habe euch auch wieder eine schöne Verlosung mitgebracht. Es geht ja jetzt schon auf das Jahresende zu und da dachte ich mir, ihr freut euch bestimmt, wenn ich ein Jahreshoroskop als PDF verlose. Wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr in meinem Serviceteil am Ende des Videos und da gibt es noch mehr wichtige Tipps und Termine, deshalb schaut doch da auch nochmal rein. Den Timecode für den Serviceteil findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Den Überblick über die wichtigen Konstellationen des Monats und die allgemeine Stimmung, die so in der Luft liegt, den findet ihr in meinem Video mit der kosmischen Schwingung für den Oktober. Außerdem erfahrt ihr in dem Video, wer in der Verlosung vom September gewonnen hat. Ein Grund mehr, um in die kosmische Schwingung reinzuschauen. Es gibt auch wieder ein Video zum Mondzyklus im Oktober, da geht es um Wandel und Neubeginn. Außerdem habe ich auch wieder zwei neue Livestream-Termine für euch. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, wann ich neue Videos hochlade oder live gehe, braucht ihr nur meinen Kanal zu abonnieren und das Glöckchen oben rechts zu klicken. Jetzt kann es losgehen mit den 12 Sternzeichen und wir beginnen in der Reihenfolge des Tierkreises als erstes mit dem Widder. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Ascendenten. Liebe oder Job, das ist im Oktober oft die Frage. Für beides scheint die Zeit zu fehlen. Viele Widder sind beruflich sehr eingespannt und haben mit größeren Projekten und wichtigen Entscheidungen für die Zukunft zu tun. Aber seht es doch mal so. Ein inniges Beziehungsleben stärkt euch für die Anforderungen auf der Arbeit. Und wenn ihr Single seid und eure Flirtchancen in diesem Monat ausschöpft, steigt die Laune und damit auch die Energie für die Arbeit. Mit der Sonne, Venus und Merkur im Partnerhaus dürft ihr mit vielen Begegnungen und interessanten geselligen Zusammentreffen rechnen. Wenn ihr eingeladen werdet, geht hin. Ab dem 4. Oktober geht euer Herrscher Mars in die Waage und ebenfalls in euer Partnerhaus. Das ist ein gemischter Segen, denn einerseits belebt das eure gesellschaftlichen Aktivitäten und bringt besonders für Widderdamen anregende Begegnungen mit vielen interessanten Verehrern. Andererseits kann es dazu führen, dass ihr schneller gereizt seid und in eurem Gegenüber gerne auch den Gegner seht. Achtet bitte für die kommenden sechs Wochen drauf, in Diskussionen fair zu bleiben und euch nicht in Beziehungskämpfen aufzureiben. In der Zeit vom 4. bis 10. Oktober ist die Gefahr besonders groß, dass durch einen Streit mit Beziehungspartnern seelischer Schaden entsteht. Denn da gibt es einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Chiron, der ja bei euch im Zeichen steht. Das bedeutet, dass Auseinandersetzungen unter die Haut gehen. Das gilt besonders für die Geborenen der ersten Dekade. Außerdem befindet sich dann der Merkur im Skorpion und am 8. Oktober geht auch die Venus in den Skorpion. Beides kann die Neigung zu sticheln und den Finger auf den bunten Punkt zu legen verstärken. Die Spannung spitzt sich zu bis zum Vollmond am 13. Oktober und der fällt bei euch auf die Beziehungsachse. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass es in euren Beziehungen heiß hergehen kann. Es liegt nun ein wenig bei euch, das so zu steuern, dass sich diese Anspannung als erotische Leidenschaft äußert und nicht so sehr im Streit eskaliert. Fest liierten Widdern dürfte das ganz gut gelingen, aber wenn ihr einen neuen Flirt habt, müsst ihr aufpassen, dass ihr es nicht übertreibt mit dem Motto, was sich neckt, das liebt sich, sonst riskiert ihr eine Trennung, bevor die Sache richtig angefangen hat. Zwischen dem 14. und dem 21. haben wir dann eine recht harmonische Phase, die beruflich sehr produktiv für euch werden kann. Auch wenn ihr auf Reisen seid, zum Beispiel für eine Fortbildung oder auch, weil ihr jetzt Urlaub habt, dürft ihr euch auf eine schöne Zeit freuen. Ab dem 20. zieht der Mars weiter in die zweite Dekade des Waagezeichens und bildet nun einen Spannungsaspekt zu den großen Playern Saturn und Pluto, die bei euch im Karrierehaus stehen. Das läutet eine heikle Phase ein, während der es zu beruflich frustrierenden Situationen kommen kann. Ihr fühlt euch ausgebremst, entweder durch Konkurrenten oder durch Vorgesetzte, die unmögliche Anforderungen stellen und gleichzeitig fehlt es an Unterstützung, zum Beispiel wegen Personalmangel. Doch wenn ihr dann kämpft und Forderungen stellt, kann das nach hinten losgehen. Bei Mars-Saturn, da gewinnt nicht derjenige, der recht hat, sondern derjenige, der am längeren Hebel sitzt. Trotzdem steht ja Jupiter weiterhin günstig für euch. Wenn es euch gelingt, die richtigen Leute auf eure Seite zu ziehen, das kann durchaus auch ein rechtlicher Beistand sein, dann könnt ihr eine gerechte Lösung des Problems erzielen. Ansonsten raten euch die Sterne, die Sache auszusitzen und euch korrekt zu verhalten, bis die Spannung sich wieder legt. Das ist gegen Ende der ersten Novemberwoche. Ab dem 23. Oktober geht die Sonne durch den Skorpion und aktiviert den Zusammenhalt in euren festen Beziehungen. In diesem Bereich fällt auch der Neumond vom 28. Oktober. Ihr werdet sehen, wie sehr euch der Rückhalt in eurer Partnerschaft bei schwierigen beruflichen Situationen und Entscheidungen unterstützt. Außerdem erhalten auch finanzielle Angelegenheiten neue Energie. Ihr solltet allerdings keine Verträge oder finanzielle Vereinbarungen unterschreiben, die euch längerfristig binden. Achtet darauf, dass ihr finanziell ganz flexibel bleibt. Zu Halloween am 31. Oktober solltet ihr feiern gehen. Ihr werdet euch bestimmt prächtig amüsieren. Hallo, ihr starken Stiergeborenen und Stieraszendenten. Viele von euch müssten im September einen richtig guten Lauf gehabt haben und das setzt sich auch im Oktober noch weiter fort. Geht unter Leute, ihr habt fantastische Aspekte, um neue Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und euer Liebesleben erhält zunehmend interessante Impulse. Nur in den ersten Tagen des Monats könnte es noch zu einer Verstimmung kommen, weil jemand sich an eine getroffene Vereinbarung nicht halten will. Aber wahrscheinlich habt ihr euch gut abgesichert und könnt nun darauf bestehen, dass die Sache so abläuft, wie vereinbart. Ab dem 3. Oktober wandert der Merkur in den Skorpion, in euer Partnerhaus und am 8. Oktober folgt dann auch die Venus. Diese Aspekte läuten eine Zeit voller interessanter Begegnungen und gesellschaftlicher Anlässe ein. In der ersten Monatshälfte wird dabei Überraschungsplanet Uranus aktiviert, der ja bei euch im Zeichen steht. Besonders die Aprilstiere dürften sich also über einen regen Zulauf freuen und erhalten so viele Anregungen, dass sie beinahe aufpassen müssen, sich nicht zu verzetteln. Die übrigen Stiergeborenen erfreuen sich stabiler Aspekte der großen Player Saturn und Pluto. Das heißt, beruflich dürftet ihr gut dastehen und viele Fortschritte machen. Besonders die Bekanntschaft mit einflussreichen Leuten bringt euch weiter. Ein wichtiger Impuls ab dem 4. Oktober ist der sechswöchige Durchgang von Mars durch die Waage. Das kann mit einiger Unruhe verbunden sein. Gesundheitlich müsst ihr vor allem in den ersten zehn Tagen des Monats darauf achten, Anzeichen von Entzündungen ernst zu nehmen und euch darum zu kümmern. Beruflich deuten die Konstellationen an, dass es im Arbeitsumfeld zu Kompetenzgerangel oder Konkurrenzkämpfen kommen kann. Vielleicht versucht man auch, euch in einem Konflikt auf die eine oder andere Seite zu ziehen. Aufgrund eurer Autorität und eurer stabilen Position könnt ihr durchaus helfend oder schlichtend eingreifen, aber achtet darauf, nicht zwischen die Fronten zu geraten. Rund um den Vollmond am 13. Oktober kann bei den Stier-Singles der Liebesblitz einschlagen. Festliierte erleben innige Momente in ihrer Partnerschaft, wenn sie sich die Zeit dafür nehmen. Einziger Wermutstropfen könnte sein, dass jemand aus dem Freundeskreis für Schwierigkeiten sorgt. Zum Beispiel eine Freundin, die nur einen von euch beiden zu einer Feier einlädt, während ihr als Paar lieber Zeit miteinander verbringen wollt. Es sind gewisse hakelige Situationen mit Leuten angezeigt, die auf soziale Regeln pfeifen. Für alleinstehende Stiere ist das natürlich kein Problem. Sie können unbeschwert auch mit eigensinnigen Freundinnen Zeit verbringen. Insgesamt seid ihr sehr begehrt und werdet oft eingeladen. Möglich auch, dass sich Besuch bei euch ankündigt. Jedenfalls blüht euer Sozialleben bis zum Ende des Monats. Stier-Singles haben exzellente Flirtchancen und generell gute Sterne, um interessante neue Leute kennenzulernen, die sie garantiert nicht kalt lassen. Es muss nicht immer eine Liebespartnerschaft daraus entstehen. Auch Freundschaften oder gute Business-Partnerschaften erhalten Auftrieb. Besonders harmonisch ist die Woche zwischen dem 14. und dem 21., wo viele Dinge für euch rund laufen. Selbst hitzige Diskussionen führen zu guten Ergebnissen. Im Team oder im Brainstorming mit vertrauten Menschen kommen euch die besten Ideen. Das kann eine sehr produktive Zeit für euch werden. Am 23. Oktober wandert dann auch die Sonne in den Skorpion und bringt für weitere vier Wochen Energie in den Partnerschaftsbereich eures Horoskops. Dabei aktiviert sie bis zum Monatsende den Uranus und erneut sprudeln die interessanten Begegnungen und Ideen nur so. In diesem Bereich, nämlich in euer Partnerhaus, fällt auch der Neumond vom 28. Oktober im Skorpion und der steht genau gegenüber Uranus in eurem Zeichen. Das ist nochmal ein Hinweis darauf, dass ihr diesen Monat ganz, ganz spannende Leute kennenlernen könnt und dass auch für so manchen Stier eine neue Beziehung beginnen kann mit diesem Neumond. Der Monat klingt dann aus mit den Partys zu Halloween, die Gelegenheit bringen zu feiern und die hervorragenden Konstellationen des Monats zu genießen. Sei es im Zusammensein mit netten, witzigen Menschen oder in einem spirituellen Ritual. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Der Oktober hält für euch viele kreative und lustvolle Momente bereit, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmen könnt. Das gilt besonders für die erste Oktoberwoche. Vielleicht könnt ihr euch ja einen Brückentag nach dem 3. Oktober freinehmen und etwas gemeinsam mit eurem Herz allerliebsten unternehmen. Für Zwillinge in festen Beziehungen ist es nämlich wichtig, dass sie ihre Partner und Familien in ihre Pläne und Freizeitvergnügen mit einbeziehen. Alleingänge kommen nicht so gut an. Der Merkur steht ab dem 3. Oktober im Skorpion. Das kann eine Neigung bei euch fördern, zu sticheln und zu manipulieren. Vielleicht meint ihr es gar nicht so, aber achtet darauf, andere mit Kritik und Kommentaren nicht zu verletzen. Das gilt übrigens auch im Kollegenkreis auf der Arbeit. Ab dem 4. geht der Mars für sechs Wochen in die Waage und steht dann sehr günstig zum Zwillinge-Zeichen. Das wäre eine gute Gelegenheit, im Herbst nochmal eine Sportoffensive zu starten, bevor es in die kuschelige Weihnachtszeit geht. Auch für die Liebeslust ist das ein sehr guter Aspekt, falls euch ein Erotikpartner zur Verfügung steht. Am 8. November wechselt die Venus in den Skorpion und aktiviert dabei den Uranus. Das ist eine ausgesprochen prickelnde Flirt-Konstellation und für Singles kann sich dann beispielsweise ein Flirt im Büro ergeben. In euren Freundschaften könnte es allerdings zwischen dem 4. und dem 14. etwas kriseln, zum Beispiel durch einen Flirt im Freundeskreis, der nicht bei allen auf Gegenliebe stößt. Entweder ihr seid selbst am Flirt beteiligt oder ihr werdet da irgendwie mit hineingezogen. Ganz schlecht wäre es, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Euer Partner hätte gar kein Verständnis, wenn er den Eindruck gewinnt, ihr würdet fremdflirten. Möglich auch, dass jemand aus eurem Freundeskreis erkrankt und eure Hilfe braucht. Dann solltet ihr euer Vergnügen zurückstellen und für die Person da sein. Der Vollmond am 13. Oktober kann dieses Thema emotional noch stärker aufladen. Achtet in dieser Zeit sorgfältig auf eure Wortwahl. In der zweiten Monatshälfte legt sich die allgemeine Spannung wieder und ihr habt beruflich einen sehr guten Lauf. Ihr entwickelt eine ausgezeichnete Intuition dafür, was euer Chef oder wichtige Kunden oder Geschäftspartner wirklich wollen, selbst wenn sie sich unklar ausdrücken. In Präsentationen oder bei Verhandlungen versteht ihr es zu überzeugen und Gehör zu finden, besonders zwischen dem 10. und dem 21. Oktober. Am 23. Oktober beginnt das Zeichen Skorpion und die Sonne aktiviert dann für vier Wochen beim Zwillinge-Kollektiv das Berufshaus. Und dabei aktiviert sie auch den Uranus und das bedeutet, es kann zu überraschenden Entwicklungen am Arbeitsplatz kommen. Aber ihr seid flexibel und ideenreich genug, um damit fertig zu werden. Insgesamt dürftet ihr bis Mitte November eine produktive Phase haben. Auch der Neumond vom 28. Oktober fällt in euer sechstes Haus des Berufs und der Gesundheit und regt euch an, neue Aufgaben in Angriff zu nehmen. Zum Beispiel berufliche Abläufe zu verbessern oder etwas für die Gesundheit zu tun. Aber macht euch schon mal darauf gefasst, dass zu Halloween am 31. Oktober der Merkur für drei Wochen rückläufig wird. Und weil das euer Herrscherplanet ist, müsst ihr dann mit einigen Behinderungen rechnen. Entscheidungen werden revidiert oder zur Wiedervorlage gebracht und man muss auch wieder mit den üblichen Einschränkungen rechnen. Missverständnisse, fehlende Informationen, Hindernisse auf Reisen. Jedoch seid ihr rund um Halloween selber noch mal besonders intuitiv. Außerdem habt ihr fabelhafte Konstellationen zum Ausgehen und Feiern, weil dann der Mond im Schützen steht und den Jupiter aktiviert und das alles bei euch im Partnerhaus. Deshalb genießt das Gruselfest mit Freunden oder Herzallerliebsten oder für eine Wunschmeditation, damit bald jemand Neues in euer Leben tritt. Hallo, ihr gefühlvollen Krebse und Krebsaszendenten. Die Sterne zeigen, dass viel Energie in euer Familienleben und in eure Wohnsituation geht. Seid ihr vielleicht am Renovieren oder Verschönern? Krebse lieben oft schöne Deko. Jetzt könnt ihr zum Beispiel euer Heim mit herbstlichen Accessoires verzieren. Am 4. Oktober wechselt der Mars in die Waage und bleibt dann für sechs Wochen beim Krebskollektiv im Haus der Familie. Das ist oft eine gute Phase, um zu renovieren, denn dafür hat man dann den nötigen Schwung. Allerdings steht der Mars dann auch in Spannung zu eurer Sonne. Das kann euch etwas angriffslustig machen, besonders wenn es um Beziehungsangelegenheiten geht. Ihr habt einfach keine Lust, von einem schlecht gelaunten Partner unhöflich behandelt zu werden und ihr toleriert es nicht, wenn sich jemand bei euch zu Hause daneben benimmt. Das ist auch euer gutes Recht. Aber wie ich es euch schon im Horoskop für den September empfohlen habe, möchte ich es euch nochmal ans Herz legen. Nicht nörgeln oder schmollen, sondern klare, freundliche Ansagen mit Überzeugungskraft bringen euch zum Ziel. Denkt daran, der Mondknoten steht bei euch im Zeichen, eure Meinung zählt und eure Art zu leben ist vorbildlich. Aber ihr tragt halt auch die Verantwortung dafür, andere davon zu überzeugen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Ab dem 3. Oktober geht der Merkur in den Skorpion und am 8. dann auch die Venus. Beide Planeten bilden dann sehr schöne Aspekte zur Krebssonne. Das fördert eure Kreativität und auch eure Fähigkeit, liebevoll aber bestimmt den Ton anzugeben. Außerdem ist es ein toller Aspekt für Liebeslust und erotische Botschaften. Noch bis zum Vollmond am 13. liegen allerdings einige Spannungen in der Luft. Euer diplomatisches Geschick und eure Herzenswärme sind dann sehr gefragt. Vom 15. bis zum 23. sind die Konstellationen sehr harmonisch für euch. Für Singles haben wir zwischen dem 15. und dem 26. sogar eine besonders romantische Phase mit wunderbaren Chancen jemanden kennenzulernen, mit dem sich dann auch was Ernsthaftes entwickeln kann. Und wenn ihr schon einen Liebespartner habt, solltet ihr euch in diesen Tagen Zeit dafür nehmen, die Liebe und Erotik ausgiebig zu genießen. Beruflich wird der Monat wahrscheinlich insgesamt recht produktiv und erfolgreich, besonders für Krebsgeborene, die in kreativen Berufen arbeiten oder als Berater oder in der Pflege. Wer von euch mit seinem Job nicht glücklich ist, sieht sich allerdings mit der Überlegung konfrontiert, ob es nicht besser ist, sich woanders hin zu orientieren. Das beschäftigt euch dann besonders in der ersten Oktoberwoche und betrifft vor allem die Junikrebse. Am 23. Oktober wechselt die Sonne in den Skorpion und steht dann für vier Wochen sehr günstig für euch, für die Liebe, für eure Kreativität und für sportliche Aktivitäten. Dabei aktiviert sie bis zum Monatsende den Uranus. Das kann unerwartete Entwicklungen bringen, vor allem im Freundeskreis. Vielleicht wird aus Freundschaft dann plötzlich Liebe. In diesen Tagen bildet allerdings auch der Mars einen Frustrationsaspekt insgesamt bis zum 4. November und das kann bei euch zu Hause zu Unfrieden führen. Mit irgendeinem Projekt geht es nicht so recht weiter und ihr fühlt euch nicht genug unterstützt oder ein renitenter Sohn oder Schwiegersohn sorgt für Ärger. Der Neumond am 28. betont nochmal diese Thematik und legt eine recht radikale Neuerung der Situation nahe, weil er gegenüber von Uranus steht. Vielleicht ein Aus- oder Umzug? Doch Venus und Merkur helfen euch, eine liebevolle und kreative Lösung des Problems zu finden. Auch euer fester Partner hält zu euch, wenn ihr ihn drum bittet. Nur eben Druck machen, schmollen oder bei anderen Schuldgefühle zu erzeugen, das funktioniert nicht. Die Feiersterne zu Halloween sorgen auf jeden Fall für Ablenkung und Spaß und ihr seid besonders kreativ beim Verkleiden und solltet den Anlass auf jeden Fall nutzen, um euch auszutoben. Hallo, ihr fabelhaften Löwen und Löwe-Ascendenten. Die erste Woche des Monats ist ideal, um ins Gespräch zu kommen und neue Leute kennenzulernen. Falls ihr euch nach dem Feiertag am 3. Oktober einen Brückentag freinehmt, stehen die Sterne auch ideal für einen Kurztrip, zum Beispiel in eine interessante Stadt oder um Freunde zu besuchen. Liebe und Partnerschaft funktionieren im Oktober recht gut, vor allem, wenn ihr in einer festen und vertrauten Beziehung seid. Ihr solltet euch Zeit für erotische Experimente nehmen und mal was Neues zusammen ausprobieren. Außerdem zeigen die Sterne, dass euer Schatz viel Verständnis für eure berufliche Situation hat und euch helfen und unterstützen wird, wenn ihr euch öffnet und mit ihm oder ihr darüber redet. Ab dem 4. Oktober geht der Mars in die Waage und bildet dann für sechs Wochen günstige Aspekte zur Löwesonne. Vor allem Löwen, die in den Medien oder der PR-Branche arbeiten, profitieren davon, dass sie gute Ideen haben und sich gut präsentieren können. Das ist auch ein toller Aspekt für sportliche Löwen, die jetzt im Herbst noch mal Trainingserfolge erzielen wollen. Der Merkur zieht indessen weiter in den Skorpion und am 8. Oktober auch die Venus. Das ist für das Löwe-Kollektiv das vierte Haus der Familie. Das spricht für kuschelige Herbsttage mit viel Besuch und ist außerdem günstig, um euer Heim zu verschönern. Allerdings aktivieren dann beide erstmal den Uranus und das spricht dafür, dass überraschende berufliche Anforderungen so manche Pläne für euer Zuhause und eure Freizeit durchkreuzen. Das gilt vor allem für die Woche vom 7. bis 14. Oktober. Für Löwe-Singles ist das eine besonders interessante Flirtwoche, aber auch hier gilt, dass sich Begegnungen ziemlich unerwartet entwickeln können. Wartet also erstmal ab, wenn ihr jemand tolles Neues kennengelernt habt, ob es nicht nur ein Strohfeuer ist. Beruflich ist das eine Phase, in der es trotz guter Ansätze und erfolgreicher Kommunikation nicht immer rund läuft. Saturn und Pluto im Haus des Jobs zeigen an, dass euch Kollegen das Leben schwer machen, indem sie auf die Einhaltung von Vorschriften pochen oder euch nicht in ihre Entscheidungen einbeziehen. Leider ist das auch ein Mobbing-Aspekt. Dahinter steckt wahrscheinlich ein gewisser Neid, zum Beispiel weil ihr einen guten Auftrag oder eine Fortbildung abgesahnt habt. Deshalb solltet ihr darauf verzichten, mit euren Erfolgen zu prahlen, sondern den Ball flach halten. Gut, dass der Vollmond vom 13. Oktober auf ein Wochenende fällt, denn da habt ihr super Sterne zum Feiern und um den Bürostress zu vergessen. Die Woche vom 14. bis 21. ist am günstigsten, um berufliche Fortschritte zu erzielen, aber bleibt vorsichtig, denn die Probleme am Arbeitsplatz sind da noch nicht ausgestanden. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und lenkt die Energie für vier Wochen beim Löwe-Kollektiv in den Bereich Heim und Familie, aktiviert aber gleich als erstes den Uranus. Außerdem gibt es noch eine Spannung mit Mars für den Rest des Monats. Da müsst ihr dann nochmal mit unruhigen Zeiten rechnen, in denen unerwartete berufliche Entwicklungen euch fordern und ihr habt das Gefühl, bei der Arbeit nicht recht unterstützt zu werden. Irgendwie fehlt der Teamgeist und es kostet euch viel Anstrengung, euch selbst und die Kollegen zu motivieren. Der Neumond am 28. Oktober beschert euch wahrscheinlich viele gute Ideen für berufliche Neuanfänge und vielleicht denkt ihr auch über einen Umzug nach. Aber Vorsicht mit der ganzen Uranusenergie, nicht alles lässt sich auch so umsetzen, wie es euch spontan durch den Kopf geht. Neue Ideen haben viel Potenzial, müssen aber gut durchdacht werden. Zu Halloween stehen die Sterne günstig für eure Kreativität und Lust zu feiern, aber auch um mit dem Liebsten irgendwo hin zu verschwinden und sich eine schöne Zeit zu machen. Hallo, ihr smarten Jungfraugeborenen und Jungfrau-Astendenten. Die produktive und finanziell erfolgreiche Phase der letzten Wochen setzt sich für euch auch weiter fort. Viele Planeten tummeln sich bei euch im Geldhaus. Hoffentlich habt ihr darauf geachtet, Vereinbarungen in der letzten Septemberwoche festzuzogen, denn Anfang Oktober könnten Leute versuchen, einen Rückzieher zu machen oder eine Sache neu zu bewerten. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Feiertag am 3. Oktober dürfte sich das Problem erledigt haben. Am 4. Oktober geht der Mars in die Waage und wandert dann beim Jungfrau-Kollektiv für sechs Wochen durchs Geldhaus und das regt dazu an, finanzielle Risiken einzugehen und sich was zu trauen. Nur zu, wenn ihr genug Ahnung habt und euch das auch leisten könnt. Außerdem ist es eine gute Zeit, um Außenstände einzutreiben bzw. Schulden zu begleichen, wenn ihr selbst welche habt. Bis zum 21. Oktober hält dieser finanzielle Schwung an. Danach solltet ihr Vorsicht walten lassen bis zum 3. November. Euer Herrscher Merkur steht ab dem 3. Oktober günstig für euch im Skorpion und am 8. Oktober gesellt sich dann auch die Venus dazu. Bis Ende des Monats habt ihr dann eine sehr gute Phase, vor allem wenn ihr beratend tätig seid, denn der Merkur im Skorpion begünstigt die psychologische Arbeit. Aber achtet darauf, nicht zu kritisch mit euren Klienten zu reden. Dabei hilft euch ab dem 8. Oktober die Venus, dann findet ihr die richtigen Worte, um bei Klienten oder auch Freunden, die euren Rat suchen, heilsame Prozesse in Gang zu bringen. Der Aspekt ist auch gut für Jungfrau-Geborene, die im Controlling arbeiten oder viel mit Recherche zu tun haben. Weil der Merkur im Skorpion Ende des Monats rückläufig wird, verlängert sich diese Phase für euch nochmal um 5 Wochen. Auch wenn man unter rückläufigem Merkur keine Verträge unterschreiben und keine Neuanschaffungen im Bereich Kommunikation tätigen sollte, zum Forschen und für die psychologische Beratung und um Fehler im System aufzuspüren, ist die Konstellation perfekt. Wenn ihr allerdings unter dem Einfluss von Neptun steht, und das betrifft vor allem die Geborenen der zweiten Dekade, müsst ihr besonders sorgfältig vorgehen und Irrtümer und Missverständnisse ausschließen. Seid darauf gefasst, dass ihr dann nicht immer alle Situationen perfekt einschätzen könnt und beratet euch gegebenenfalls mit Leuten, denen ihr vertrauen könnt. Für die Liebe ist dieser Neptun-Aspekt oft vorteilhaft, denn er macht euch sehr romantisch. Aber auch dann gilt, nicht immer blickt ihr durch und es kann euch passieren, dass ihr an Leute geratet, die Geheimnisse haben, zum Beispiel bereits gebunden sind und es euch nicht verraten. Zwischen dem 7. und dem 14. Oktober kann bei euch der Liebesblitz einschlagen, aber bleibt vorsichtig und schaut erst mal, ob die Sache Bestand hat oder derjenige wirklich frei für euch ist. Wenn ihr fest liiert seid, achtet darauf, mit eurem Schatz in enger Verbindung zu bleiben. Gut möglich, dass man euch schöne Augen macht und euer Partner dadurch in seinen Gefühlen verletzt wird. Und zu Vollmond am 13. Oktober können dann die emotionalen Wellen hochschlagen, also Vorsicht. Wenn ihr fest zu eurem Partner steht, dann zeigt ihm das auch. Eine harmonische Phase für eure Liebe und Beziehung ist zwischen dem 14. und dem 26. Oktober. Und am 23. geht die Sonne in den Skorpion und bildet dann für vier Wochen günstige Aspekte zu eurer Sonne. Das fördert eure intellektuelle Leistung und Kommunikation. Der Neumond am 28. Oktober bringt euch jede Menge tolle Ideen und Pläne. Haltet euer Notizbuch oder Smartphone bereit, um sie festzuhalten. Da ist bestimmt viel Gutes dabei, auch wenn solche Geistesblitze später nochmal durchdacht werden müssen. Die Halloween-Sterne legen nahe, dass ihr vielleicht Lust habt, eine Party bei euch zu Hause zu schmeißen. Warum nicht, wenn es euch nicht zu viel Arbeit ist? Wenn jeder was mitbringt, könnte es eine tolle Fete werden. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Oktober Geburtstag habt. Der Neumond vom 28. September findet in eurem Zeichen statt und am 4. Oktober folgt dann auch der Mars, der geht dann in die Waage. Das heißt, es wird ein aktiver und vitaler Monat für euch. Bis zum 8. profitiert ihr außerdem von der Liebesenergie der Venus. Die erste Oktoberwoche werdet ihr also von einer Energiewelle getragen und durch den Feiertag am 3. mit anschließendem Brückentag haben viele von euch sicher auch die Gelegenheit zu feiern und sich zu erholen. Merkur wandert am 3. Oktober weiter in den Skorpion und am 8. verlässt auch die Venus euer Zeichen und wandert in den Skorpion. Die Planeten stehen dann in eurem Geldhaus, was ebenfalls sehr förderlich ist. Dabei aktivieren sie bis zum 16. den Uranus. Es können sich ganz plötzliche finanzielle Gelegenheiten ergeben, aber auch Ausgaben. Ich denke schon, dass Geld reinkommt, aber gebt es nicht gleich mit vollen Händen wieder aus. Weiterhin empfangt ihr die Spannungsaspekte von Saturn und Pluto. Das zeigt ein langfristiges Thema für das Waage-Kollektiv, nämlich dass Familie und Wohnsituationen euch sehr fordern und dass da viel Verantwortung und Aktivität hineingehen. Gleichzeitig zeigt dieser Aspekt auch, dass ihr beruflich sehr gefordert seid. Ich sehe das am Beispiel einiger Waagen aus meinem Umfeld und Klientenkreis. Die haben sowohl beruflich sehr viel zu tun als auch Familienverpflichtungen, um die sie sich kümmern müssen. Jedoch zeigen die Sterne auch, dass ein gutes Einvernehmen mit der Familie wichtig ist. Das stärkt euch den Rücken und stabilisiert euch, selbst dann, wenn die Familie anstrengend ist. Chiron in eurem Partnerhaus weist außerdem darauf hin, dass auch in euren Partnerschaften einige Beziehungsarbeit ansteht. Mit dem Mars in eurem Zeichen solltet ihr ruhig öfter mal die Initiative ergreifen und Entscheidungen treffen. Dadurch könnt ihr die Marsenergie am besten nutzen. Der Mars ist auch eine erotische Kraft. Wenn ihr einen Liebespartner habt, folgt eurer Lust. Die Marskräfte könnt ihr außerdem auch sportlich ausleben, nur nicht vielleicht in der ersten Woche, wenn der Mars hier gegenüber Chiron steht. Mars in der Waage kann allerdings dazu verleiten, sich in Beziehungen Machtkämpfchen und Auseinandersetzungen zu leisten. Dann müsst ihr schauen, ob euch das wirklich weiterbringt. Mit solcher Streitenergie sind vor allem die Tage zwischen dem 6. und dem Vollmond am 13. Oktober aufgeladen, der auch noch auf eure Beziehungsachse fällt. Wenn ihr euch dann streitet, empfehle ich eine leidenschaftliche Versöhnung im Bett. Danach ist eine Phase bis zum 21. Oktober, die insgesamt recht harmonisch verläuft. Beruflich scheint ihr diesen Monat besonders intuitiv zu sein und es kann euch gelingen, Arbeitsabläufe nach euren Wünschen zu gestalten. Die beste Phase ist zwischen dem 14. und dem 27. Oktober. Auch in finanzieller Hinsicht gelingen euch in dieser Zeit gute Vereinbarungen und Abschlüsse. Am 23. Oktober verlässt die Sonne euer Zeichen und wandert weiter in den Skorpion. Sie bringt dann für die kommenden vier Wochen nochmal Energie in euer Geldhaus. Dabei aktiviert sie in der letzten Oktoberwoche den Uranus. Achtung, das ist ein Aspekt für riskante Fehlentscheidungen, da ist Zurückhaltung angesagt. Der Neumond vom 28. Oktober fällt ebenfalls in euer Geldhaus und regt euch an, finanziell neue Wege zu gehen. Da können sehr interessante Inspirationen dabei sein, aber es kann hilfreich sein, wenn ihr die Sache nochmal durchdenkt und die Rückläufigkeit Merkurs in den ersten drei Novemberwochen noch abwartet. Wichtig für euch zu wissen ist außerdem, dass mit dem Neumond der Mars nochmal hier einen ganz schwierigen Spannungsaspekt zu Saturn und dann auch Pluto bilden wird. Das geht ungefähr bis Ende der ersten Novemberwoche. Da ist dann auch nochmal die Gefahr groß, dass ihr euch in eurer Partnerschaft oder Familie auf eine strittige Situation einlasst oder dass es da zu einer kämpferischen Auseinandersetzung kommt. Also da solltet ihr dann auch bitte nochmal Zurückhaltung walten lassen und ganz diplomatisch vorgehen, was ja eigentlich euer Ding ist. Die Sterne zu Halloween stehen sehr schön für euch, denn der Mond und Jupiter bilden Freundschafts- und Partyaspekte zur vage Sonne und der Mars macht euch auch unternehmungslustig. Also viel Spaß! Hallo ihr tiefsinnigen Skorpione und Skorpion-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. In dem Fall empfangt ihr den anregenden Einfluss von Uranus. Singles können interessante neue Begegnungen erleben, festliierte wünschen sich wahrscheinlich spannende neue Impulse für ihre Partnerschaft. Und beruflich ergeben sich technische Neuerungen, da solltet ihr euch flexibel darauf einstellen. Der Neumond am 28. September ist besonders inspirierend, wenn ihr spirituell arbeitet. Wundert euch auch nicht, falls ihr euch darüber Gedanken macht, euch mal eine Weile zurückzuziehen, vielleicht an einen Kraftort. Dafür würde sich die erste Oktoberwoche mit dem Feiertag eignen. Am 3. Oktober wandert der Merkur in den Skorpion und am 4. bewegt sich der Mars in die Waage, wo er dann für sechs Wochen bleibt. Für das Skorpion-Kollektiv ist das das 12. Haus des Rückzugs. Vielleicht verspürt ihr in den Wochen danach weniger Schwung und Energie als sonst. Es kommt aber nun auch sehr auf euer individuelles Horoskop an. Wenn ihr zum Beispiel Aszendent Waage seid, würde der Mars eure Aktivität natürlich beleben. Spannend für alle von euch ist, dass die Venus ab dem 8. Oktober durch den Skorpion läuft. Sie lässt dann für drei Wochen eure Ausstrahlung und euren Charme erstrahlen. Gleich zu Anfang und etwa bis zum 13., das ist der Vollmond, aktiviert die Liebesgöttin dabei den Uranus. Das ist die klassische Konstellation für eine plötzliche und unerwartete Liebesaufregung. Singles können sich dann verknallen. Die Festliierten sollten ein bisschen darauf achten, dass sie ihre Partner nicht durch unbedachte Flirts vor den Kopf stoßen. Ihr wirkt halt sehr attraktiv auf andere und solltet schnell die Fronten klären, dass ihr gebunden seid. Gut möglich, dass es rund um den Vollmond am 13. starke Leidenschaft, aber auch Ärger gibt, ganz besonders, wenn da eine heimliche Sache am Köcheln ist. Danach ändert sich jedoch die Energie und wir haben eine besonders romantische und harmonische Phase und die geht für euch sogar bis zum 27. Oktober. Beruflich glänzt ihr dann mit guten Ideen, Brainstormings und kreative Meetings mit Kollegen und Mitarbeitern bringen besonders gute Ergebnisse. Denkt nur daran, dass der Merkur im Skorpion euch dazu verführen kann, zu sticheln und den Finger auf den Wunden Punkt zu legen. Das kann den kreativen Prozess jedoch behindern, also immer schön konstruktiv bleiben. Finanziell ist der Monat besonders gut für kreative Skorpione. Jetzt könnt ihr mit eurer Kunst oder kreativen Einfällen tatsächlich auch Geld umsetzen. Am 23. Oktober um 19.19 Uhr tritt die Sonne in euer Zeichen ein. Sie aktiviert dann für vier Wochen eure Ausstrahlung und Vitalität. Dabei bildet sie in der letzten Oktoberwoche einen stark energetischen Aspekt zu Uranus. Wundert euch nicht, wenn ihr in dieser Zeit nicht schlafen könnt, weil so viele aufregende Ideen in eurem Kopf herumschwirren. Wenn ihr an dem Wochenende zwischen dem 25. und 27. Oktober euren Geburtstag feiert, tauchen wahrscheinlich Leute bei eurer Party auf, die ihr gar nicht eingeladen hattet, aber sehr interessant findet. Der Mond steht dann in der Waage. Das ist sehr schön, um gemeinsam mit Freunden zu feiern. Am 28. ist dann der Neumond in eurem eigenen Zeichen Skorpion. Er verstärkt nochmal die Spannung zu Uranus, die euch geradezu elektrisch auflädt. Wenn ihr in den Tagen rund um den Neumond Geburtstag habt, stellt euch auf ein aufregendes neues Lebensjahr ein, in dem nicht immer alles nach Plan läuft, aber ihr erhaltet viel Zuspruch und Anregung von faszinierenden und attraktiven Menschen. Ihr solltet diesen Neumond nutzen, um Pläne für ein ganzes Jahr zu machen und dabei eurer Kreativität freien Lauf lassen. Die Ideen sortieren und bewerten und nochmal durchdenken, das könnt ihr dann machen, wenn der Merkur in den ersten drei Novemberwochen rückläufig ist. Vorher feiern wir aber noch Halloween am 31. und wenn ihr dann Geburtstag habt, solltet ihr feiern und es richtig krachen lassen, ob nun in magischer Hinsicht oder mit Freunden als tolle, laute Gruselfete. Hallo, ihr inspirierenden Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Liebe, Freundschaft und Netzwerken stehen in der ersten Oktoberhälfte hoch im Kurs. Das zeigt der Neumond vom 28. September, der fällt bei euch ins Freundschaftshaus und zeigt gute Kontaktmöglichkeiten an. Zum Beispiel könntet ihr über den Feiertag am 3. Oktober mit Brückentag einen Kurztrip machen und gute Freunde besuchen. Ab dem 4. Oktober geht der Mars in die Waage und bildet für die kommenden sechs Wochen günstige Aspekte. Berufliche und persönliche Angelegenheiten, in denen es im September Kompetenzgerange gab oder sogar Machtkämpfe, verlaufen jetzt harmonischer und die Beteiligten ziehen an einem Strang. Am 8. Oktober geht die Venus in den Skorpion. Das ist für das Schützekollektiv das 12. Haus des Rückzugs. Es kann passieren, dass Liebesangelegenheiten dann für die kommenden drei Wochen nicht so im Vordergrund stehen oder dass die Liebe sich mehr im Stillen abspielt. Vielleicht schwärmt ihr auch heimlich für jemanden, ohne es der Person zu zeigen. Dabei kommt es natürlich auch auf euer Geburtshoroskop an. Wenn ihr beispielsweise Skorpion-Ascendenten seid, wird sich der Einfluss der Venus deutlicher und auch nach außen hin zeigen. Der Merkur ist schon am 3. Oktober in den Skorpion gegangen und weil er dort Ende des Monats rückläufig wird, bleibt er bis Anfang Dezember für euch im 12. Haus. Während dieser Zeit finden viele Informationen auf versteckten Wegen zu euch, sind aber nicht immer direkt so leicht verfügbar. Und manche Schützen werden dadurch bestimmt recht verpeilt sein. Wenn ihr merkt, dass das für euch zutrifft, müsst ihr sorgfältig planen und eure Termine bitte immer in eurem Kalender aufschreiben, sonst gibt es Doppelbuchungen und Enttäuschungen. Zumal ja auch der Neptun langfristig quer zu eurem Zeichen steht. Auch das kann dazu beitragen, dass ihr Schwierigkeiten habt, euer Leben zu organisieren. Gedanklich seid ihr sehr fantasievoll und inspiriert, aber es ist nicht immer einfach, eure Ideen entsprechend umzusetzen. Wegen der guten Freundschaftsaspekte und weil Jupiter bei euch im Zeichen steht, findet ihr aber Unterstützung. Steinböcke sind zum Beispiel gute Partner, die meistens den Überblick behalten und die man immer fragen kann. Im Job gibt es in diesem Monat einige Situationen, in denen sich überraschende Entwicklungen ergeben können und da müsst ihr dann aufpassen, dass ihr einen kühlen Kopf bewahrt und den Überblick behaltet. Zwischen dem 8. Oktober und dem Vollmond am 13. haben wir eine Spannung von Venus und Uranus. Das geht häufig mit Liebeleien und Flirts einher, die aber einen ungewissen Ausgang haben. Oder es ist eine heimliche Liebe oder Schwärmerei, die kann sich bis Ende Oktober durchaus romantisch entwickeln. Aber nach wie vor gilt, dass Heimlichkeiten für euch letztlich schwierig sind, weil sie so gar nicht eurem Wesen entsprechen. Zwischen dem 14. und dem 21. haben wir eine harmonische Woche. Das ist eine besonders schöne Zeit für Schützen mit Familie. In dieser Woche solltet ihr eine gemeinsame Unternehmung planen, zum Beispiel den Besuch einer kulturellen Veranstaltung oder etwas, wo ihr alle zusammen kreativ sein könnt. Spirituelle Schützen haben während der gesamten zweiten Oktoberhälfte eine sehr inspirierte Phase, in der sie in der Meditation zu tiefen Einsichten gelangen können und wer spirituell arbeitet, wird großen Zulauf haben. Ab dem 23. Oktober aktiviert die Sonne im Skorpion das zwölfte Haus der Spiritualität bei euch und dann auch noch der Neumond am 28. Oktober. Der kann besonders magisch für euch werden, aber auch sehr unruhig, vor allem wenn ihr Geheimnisse habt. In der letzten Oktoberwoche müsst ihr an euren Beziehungen viel Fingerspitzengefühl und Diplomatie walten lassen. Auf Geldgeschäfte mit Bekannten oder Freunden solltet ihr in dieser Zeit verzichten. Zu Halloween am 31. Oktober könnt ihr euch entweder zurückziehen und ein Ritual durchführen oder richtig feiern. Für beides stehen eure Sterne gut. Hallo und meine lieben Artgenossen aus dem Zeichen Steinbock und hallo liebe Steinbock-Ascendenten. Ich hoffe, ihr konntet den September nutzen, um produktiv zu sein und Projekte voranzubringen. Auch im Oktober zeigen die Sterne anspruchsvolle berufliche Aktivitäten für euch an. Außerdem erfordert euer Privatleben einigen Einsatz und nicht immer wird es leicht, beides unter einen Hut zu bekommen. Sonne, Venus und Merkur stehen in der Waage und das ist beim Steinbock-Kollektiv das Karrierehaus und so mancher Steinbock wird wahrscheinlich den Feiertag in der ersten Oktoberwoche nutzen, um in Ruhe zu arbeiten oder an Konzepten zu feilen. Ab dem 4. Oktober geht auch der Mars in die Waage. Das kann einerseits euer Vorankommen pushen, aber es steigert die Neigung zu kämpfen und Auseinandersetzungen. So sieht es am 1. Oktoberwochenende zum Beispiel danach aus, als könntet ihr euch nicht mit Partner oder Familie über die Freizeitgestaltung einigen. Auch in der Woche danach machen euch die Spannungskonstellationen zu schaffen. Ihr wollt mit euren Projekten vorankommen und Ansprüche, die der Partner oder die Familie an euch stellen, setzen euch unter Druck. Mit ein bisschen Diplomatie und Wohlwollen kriegt ihr das aber in den Griff. Dabei helfen euch Merkur ab dem 3. und die Venus ab dem 8. Oktober. Die gehen dann in den Skorpion und bilden freundschaftliche Aspekte zur Steinbock-Sonne und das wirkt dann beruhigend auf euch. Und außerdem erkennt ihr die psychologischen Nachteile, die solche Auseinandersetzungen mit sich bringen. Tipp der Sterne, einfach mal mit euren Herzallerliebsten reden, was sie brauchen und was ihr braucht und dann einen guten Plan machen. Dafür eignet sich zum Beispiel Freitag, der 11. Oktober ganz hervorragend. Und das ist auch gut so, denn der Vollmond am 13. Oktober bildet eine starke Spannung zu eurer Sonne. Dann ist es gut, wenn ihr euch vorher mal geeinigt habt. Unausgesprochene Wünsche und Vorstellungen, die in der Luft liegen, würden sonst zum Streit führen. Vom 14. bis zum 21. Oktober haben wir eine romantische Phase. Selbst wenn ihr euch vorher ein bisschen gezofft habt, könnt ihr das dann wieder in Ordnung bringen. Für die Singles unter euch ist die Zeit vom 8. bis 17. Oktober besonders heiß, um eine neue Liebelei anzufangen. Da haben wir einen Flirtaspekt von Venus zu Uranus und gleich anschließend kommt dann eine sehr romantische Phase vom 14. bis 27. mit vielversprechenden Möglichkeiten, eine begonnene Liebelei zartfühlend weiterzuentwickeln. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und fördert dann für vier Wochen eure guten Kontakte, sowohl privat als auch geschäftlich. Und auch der Neumond vom 28. Oktober macht euch offen für neue Bekanntschaften. Er aktiviert den Uranus und das ist eine typische Konstellation, unter der man mit heißen Geschäftskontakten tolle Ideen entwickelt, die aber anschließend noch überprüft werden müssen. Denn zum Monatsende wird der Merkur für drei Wochen rückläufig und bestreicht dann diesen ganzen Bereich nochmal im Rückwärtsgang. Das heißt, Leute könnten ihre Meinung wieder ändern, neu geknüpfte Kontakte lösen sich wieder oder Vereinbarungen müssen nochmal revidiert werden. Wundert euch nicht, wenn neue Vorhaben, die ihr zu diesem Neumond gestartet habt, sich bis Anfang Dezember hinziehen, ehe alle nötigen Vereinbarungen stehen und man dann gemeinsam loslegen kann. Dabei muss ich noch erwähnen, dass der Mars ab dem 21. und bis zum ungefähr 7. November schwierige Aspekte zu Saturn und Pluto bildet, die Frustrationen anzeigen, wenn ihr das Gefühl habt, alles alleine stemmen zu müssen. Es können auch Ämter oder Vorgesetzte sein, die euch das Leben schwer machen und ihr habt allgemein das Gefühl, nicht genug Hilfe zu bekommen. Trotzdem solltet ihr euch um Diplomatie bemühen. Mit dem Merkur im Skorpion vergessen eure Ansprechpartner es nicht, wenn ihr zu aggressiv vorgeht und bringen sowas wieder auf den Tisch, wenn ihr es gerade gar nicht gebrauchen könnt. Zu Halloween am 31. ist wahrscheinlich so manchem Steinbock nach Rückzug zumute. Aber wenn ihr eine Einladung bekommt, solltet ihr schon hingehen und euch den Spaß gönnen. Hallo ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Ihr startet mit guten Reisesternen in den Monat. Wie wäre es mit einem Kurztrip in der ersten Oktoberwoche mit dem Feiertag und dem Brückentag? Ab dem 7. Oktober seid ihr für den Rest des Monats ziemlich gefordert. Günstig ist, dass der Mars am 4. Oktober in die Waage geht und dann für sechs Wochen motivierende Aspekte zu eurer Sonne bildet. Und den Schwung könnt ihr brauchen, denn besonders die zweite und die letzte Woche des Monats werden unruhig und es können sich überraschende Entwicklungen ergeben, auf die ihr reagieren müsst. Wenn ihr im Januar Geburtstag habt und unter dem Einfluss von Uranus steht, müsst ihr eventuell weitreichende Entscheidungen treffen, die auch eure Wohnsituation betreffen. Vielleicht ein Umzug wegen Jobwechsel? Auch finanzielle Entscheidungen können anstehen, die euch plötzlich viel Geld bringen, aber eine größere Veränderung der Lebensumstände erfordern. Möglich auch, dass Kinder erwachsen werden und ausziehen. Jedenfalls ändert sich einiges in eurem Leben. Auch durch die Liebe. Eine neue Beziehung kann euren Lebensplan über den Haufen werfen. Ganz genau kann man das aber nur am individuellen Geburtshoroskop ablesen. Langfristig empfehlen die Sterne, dass ihr euch bei euren Lebensentscheidungen genug Freiraum und Flexibilität lasst. Auch zum Beispiel finanziell, etwa wenn ihr über die Finanzierung eines Autos oder Hauses nachdenkt. Vereinbart Ausstiegsmöglichkeiten oder flexible Sonderzahlungen, denn eure Lebensumstände in den nächsten fünf Jahren lassen sich nicht genau vorausplanen, solange ihr die Energie von Uranus empfangt. Zwischen dem 14. und dem 23. Oktober ist dann eine etwas ruhigere Phase mit vielen harmonischen Aspekten. Besonders kreative oder künstlerisch tätige Wassermänner haben dann einen guten Lauf. Günstig sind die Aspekte auch für den Kauf eines schönen spirituellen Gegenstands oder eines Kunstwerks für euer Heim. Auch für die Liebe sind das sehr schöne Aspekte. Singles auf der Suche können dann zum Beispiel im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit einen interessanten Flirt anfangen. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für vier Wochen beim Wassermann-Kollektiv das Karrierehaus und dabei aktiviert sie in der letzten Oktoberwoche auch nochmal die Energie von Uranus und erneut treten Herausforderungen zu Tage, die mit wichtigen Lebensentscheidungen für eure Zukunft zu tun haben. Ich habe beobachtet, dass Wassermänner manchmal die Neigung haben zu verdrängen, was ihnen unangenehm ist. Aber jetzt im Oktober solltet ihr genau hinschauen und in diese Uranus-Energie hineinspüren, denn die Veränderungen werden kommen und es ist besser, sich rechtzeitig darauf einzustellen. Dafür könnt ihr auch den Neumond vom 28. Oktober sehr gut nutzen, der den Uranus nochmal aktiviert. In diesen Tagen könnt ihr eine Fülle von Ideen für eine bessere Zukunft empfangen. Haltet Smartphone oder Notizbuch bereit, um sie zu notieren. Nutzt außerdem den günstigen Aspekt von Jupiter im Schützen. Er macht euch optimistisch und zeigt, dass Freunde nun für euch da sind, um sich mit euch auszutauschen und zu helfen, eure Gedanken zu sortieren. Ihr müsst sie nur so bitten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Merkur in den ersten drei Novemberwochen im Skorpion rückläufig wird und noch zwei weitere Male diese Uranus-Energie aktiviert. Der Prozess, dass ihr euch um wichtige Lebensänderungen Gedanken macht, diese hin und her bewegt und auch gut durchdenken müsst, hält dadurch an bis Anfang Dezember. Zwischen dem 22. Oktober und dem 3. November gibt es nochmal einen Aspekt, der Schwierigkeiten mit Ämtern und Vorgesetzten anzeigt, die sich normalerweise bedeckt und im Hintergrund halten. Gibt es irgendwelche Fristen und Deadlines in dieser Zeit, die ihr vielleicht schon vergessen hattet? Achtet darauf, alles korrekt abzuwickeln. Zu Halloween am 31. Oktober aktiviert der Mond in eurem Freundschaftshaus den Jupiter. Zeit, loszuziehen und sich mit der Clique zu amüsieren. Hallo, ihr feinfühligen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Im Oktober scheint es bei euch häufig um Geld und Vertragsangelegenheiten zu gehen und festliierte Fische müssen darauf achten, dass sie sich nicht mit ihrem Liebsten um gemeinsame Verträge oder Neuanschaffungen streiten. Denn ab dem 4. Oktober wandert der Mars in die Waage und bei euch ins Achterhaus des verborgenen Vertrauten und der verbindlichen Verträge und bleibt dort für die nächsten sechs Wochen. Das kann es mit sich bringen, dass es bei euch zu Hause Gerangel um eure gemeinsamen Verbindlichkeiten gibt. Positiv gesehen wird der Mars dafür sorgen, dass ihr euch endlich mal mit diesem Thema auseinandersetzt, falls ihr das bisher vermieden habt. Auch für Solo-Fische ist das Thema Verträge und Versicherungen diesen Monat angesprochen. In der ersten Oktoberwoche könnte auch eine Vereinbarung aus dem September nochmal infrage gestellt werden. Im Laufe des Monats ziehen dann aber immer mehr Planeten in den Skorpion und bilden erfreuliche und auch sehr romantische Aspekte zur Fischesonne. Zuerst der Merkur am 3. Oktober und dann die Venus am 8. Oktober. Beim Fische-Kollektiv ist das das neunte Haus der Reisen, der Pläne und der Seminare. Vielleicht habt ihr ja eine schöne Fortbildung geplant. Dabei werdet ihr viel lernen und auch nette Leute treffen. Beruflich sind in diesem Monat neue Ideen begünstigt, zum Beispiel durch Brainstormings oder in Meetings. Da zeigen die Sterne sehr interessante und ergiebige Gespräche an. Für Solo-Fische bieten sich hier auch tolle Möglichkeiten, potenzielle Liebespartner kennenzulernen. Trotzdem ist die zweite Oktoberwoche auch unruhig, denn Venus und Merkur aktivieren den Uranus und das sorgt für einige Überraschungen, die eure Pläne durchkreuzen können. Aber wenn es gut läuft, auch zusätzliche Inspirationen bringen. Andere Leute sind jedoch mehr von diesen Spannungen in dieser Woche betroffen als ihr. Wenn ihr einen Partner aus den Zeichen Widder, Krebs, Waage oder Steinbock habt, werdet ihr merken, dass euer Schatz unter Druck steht und zwischenzeitlich ganz schön gereizt sein kann, besonders rund um den Vollmond am 13. Oktober. Eure Aufgabe ist es, andere zu beruhigen und Harmonie zu verbreiten. Wenn das nicht gelingt, zieht euch zurück und macht euer eigenes Ding. Ihr habt die richtigen Sterne, um still vergnügt und relativ ungestört an euren Projekten zu werkeln. Vom 14. bis zum 27. stehen die Sterne sogar ganz exzellent für euch. Ihr bekommt wunderschöne Aspekte von Venus und Merkur auf den Neptun und die Lilith, die bei euch im Zeichen stehen. Das begünstigt sowohl diejenigen von euch, die jemanden kennengelernt haben und nun romantische Zeiten erleben können, als auch diejenigen, die sich durch Lilith zu mehr Unabhängigkeit und Alleingängen angespornt fühlen und ganz in ihrem eigenen Kosmos aufgehen. Zum Beispiel, wenn ihr spirituell oder künstlerisch arbeitet. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert für weitere vier Wochen bei Fische Kollektiv das neunte Haus der Reisen, Pläne und der persönlichen Perspektive. Dabei aktiviert sie in der letzten Oktoberwoche den Uranus, verstärkt durch den Neumond am 28. Oktober. Das dürfte für euch ein besonders inspirierender Neumond werden, der euch viele gute Ideen beschert. Sei es, dass ihr im Stillen über eure Pläne für die Zukunft meditiert, seien es berufliche Ideen. Sogar Menschen aus eurem unmittelbaren Umfeld, wie Nachbarn oder Freunde, die in der Nähe wohnen, bringen jetzt spannende und unerwartete Impulse in euer Leben. Achtet mal drauf. Übrigens trifft das auch für Geschwister zu, wenn ihr Geschwister habt. Genau. Rechnet aber damit, dass ihr noch länger auf diesen Ideen herumdenken müsst und dass ihr davon auch nicht alles umsetzen werdet. Ende des Monats wird nämlich der Merkur im Skorpion für drei Wochen rückläufig und bildet dann bis Anfang Dezember nochmal die gleichen Aspekte im Rückwärtsgang und manches wird noch abgeändert. Zu Halloween am 31. Oktober kommen spirituelle Fische auf ihre Kosten. Lilith und Neptun bringen die richtige Energie für ein echtes Ritual oder die Einladung zu einem magischen Frauenkreis. Und jetzt kommt zum Schluss noch mein Service-Teil mit der Verlosung und mit wichtigen Infos zu meinen Terminen und Veranstaltungen. Wenn ihr eine Beratung braucht, zum Beispiel ein persönliches Jahreshoroskop, könnt ihr mich gerne über meine Homepage oder mein Kundentelefon kontaktieren. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Neumond-Talk am 25. September um 21 Uhr und darin können wir uns über aktuelle Themen austauschen und ich verlose wieder eine 15-minütige Live-Beratung in der Sendung. Diesmal ist der Termin schon ein paar Tage vor dem Neumond, weil ich nämlich zum Neumond selbst unterwegs sein werde, um einen Workshop zu geben. Und dieser Workshop findet statt im Rahmen des DAV-Kongresses. Der DAV ist der Deutsche Astrologenverband und zwar am Tag des Neumonds am 28. September um 13.30 Uhr in Bad Kissingen. Der Titel des Workshops lautet Venus, Planet der Liebe und des Geldes. Tatsächlich drehen sich viele Fragen zum Horoskop um die Liebe und ums Geld und die Venus hat Antworten auf diese Fragen. Außerdem moderiere ich am Samstagabend eine Podiumsdiskussion mit der astrologischen Aussicht über Finanz- und Machtstrukturen der Zukunft. Das wird bestimmt spannend. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch beim DAV-Kongress anmelden. Da könnt ihr lauter bekannte Astrologen treffen und ganz viel über Astrologie lernen. Man kann da auch ein Tagesticket für einen einzelnen Tag kaufen. Ich verlinke euch das auf meiner Homepage unter Vorträge und Seminare und auch unten in der Videobeschreibung. Im August hatten wir ein sehr schönes Webinar über die Lilith mit dem Titel Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Super lang und ausführlich fast drei Stunden. Da ging es darum, welche Seelenkräfte durch die Transite der Lilith im Horoskop geweckt werden und wie wir damit umgehen können. Mit vielen Erfahrungsberichten und Tipps für euch selbst oder eure Klienten. Wenn ihr den Termin verpasst habt, könnt ihr das Webinar ab sofort als Video buchen. Dazu erhaltet ihr exklusiv auch die Seminarunterlagen zum Download. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und einen Link zur Videobuchung, setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und im Oktober gibt es auch wieder einen Livestream mit dem Vollmond Talk. Der findet am 11. Oktober um 21 Uhr statt. Auch da gibt es wieder eine Liveberatung zu gewinnen. Und wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr euch bitte per E-Mail anmelden, denn ich brauche dazu eure Daten und eine Einverständniserklärung, dass ich euer Horoskop öffentlich zeigen darf. Das Anmeldeformular mit der E-Mail gibt es auf meiner Homepage. Der Livestream findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt ein persönliches Jahreshoroskop als PDF gewinnen. Es geht ja jetzt schon auf das Jahresende zu und ich schreibe auch schon fleißig an meinem Jahrbuch für 2020. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und da findet ihr noch mehr spannende Videos. Im aktuellen Mondzyklus geht es um den Wandel und Neubeginn im Oktober, November. Mehr zum Thema Karma und Mondknoten erfahrt ihr in meinem Video Finde Deine Heimat. Und mein aktuelles Lilith-Special heißt Loslassen und Befreien. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Und dann kommt das. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.